Moin Moin Leute, was geht ab? Euer Zink wieder am Start und endlich auf Hamburg Straßen mit der S1000RM vom Harz Rider. Natürlich in der Videobeschreibung ganz oben, der liebe Harz Rider. Vielen Dank, dass du mir das Motorrad zur Verfügung gestellt hast. Hättest dir ein bisschen Product Placement an, aber den Jungen ist wirklich alles gegönnt. Harzi, ich liebe dich. Hashtag NoHomo. Ach, was soll's von mir ist. FullHomo. So, da ist die aktuelle Hamburg und es sitzt gerade mit Blackout um dem Büro und die ziehen auch irgendwelche Videos und sowas drüber, damit Harzi und Harzi auch auf dem Rückweg filmen kann und genug Saft für die GoPro. Gehe ich jetzt aus einer Maschine mit dem Helm vom Blackout. Ab der habe ich halt noch meine Schutzklamotten an. So, heute soll's darum gehen, was jetzt mit der Kawasaki passiert ist. Und zwar nicht die, die mir geklaut wurde, sondern die andere Kawasaki, die jetzt aktuell ja im Büro steht. Und das nicht seit gestern. Warum die im Büro steht, das werde ich euch erzählen. Aber erst wie gewohnt, wie ihr es von Zink kennt, nach dem Intro. Boom, was geht ab, Leute? So, ich fahre jetzt an die Alster. Ja, ihr kennt das so, das muss sein, wenn Zinky auf dem Motorrad ist, in der schönsten Stadt der Welt, dann muss man Abstecher auf der Reeperbahn machen und einen Abstecher an der Alster machen. Ansonsten ist das kein richtiger Motovlog. Heute ist es derbe, derbe, derbe warm. Wir haben es jetzt aktuell, glaube ich, 18 Grad. Ich weiß nicht, was für eine Anzeige das ist, ob es die Außen-Temperatur ist. Aber es kommt halt hin, weil tagsüber so bis 16 Uhr oder so hatten wir 28 Grad, roundabout. Oh, jetzt habe ich selber gehupt, Leute. So, ja, darum soll es gehen. Warum habe ich überhaupt die Kawasaki gekauft und im Endeffekt einfach nur ins Studio gestellt, wenn ich damit eh nicht fahren werde, warum habe ich angefangen, sie umzubauen? Berechtigte Frage. Aus dem ganz einfachen Grund, das Video könnte mich eigentlich auch sehr kurz halten, aber ich möchte euch da halt ordentlich aufklären, denn das seid ihr mir wert, liebe Freunde. Wie ihr wisst, Zink war schon immer, immer einer der loyalsten, sage ich mal so. Ich weiß nicht, das ist jetzt so blöd, wenn man das von sich selbst behauptet. Aber mir war es ja immer so wichtig, dass alles transparent ist, dass wir alles nachvollziehen können, was bei mir abgeht und was Sache ist. Sei es jetzt mit den Spenden oder sonst was, pipapo. Naja, so, nachdem die Ducati geweckt war, wollte ich hier unbedingt auf eine kleine Maschine umsteigen, damit ich mehr wieder meine Prioritäten aus Kurvenfahren setze, damit ich halt mit dem Moped so ein bisschen leichter habe als jetzt mit einer dicken 1000er oder mit einem ruppigen V2-Motor. Und habe dann die Kawasaki, die ihr kennt, habe ich ja günstig vom Kumpel bekommen, beziehungsweise sehr, sehr, sehr günstig. Er hat sich ja letztes Jahr damit zweimal hingepackt und dann habe ich die genommen, habe gesagt, komm, ich baue sie dir auch und dann gehört sie mir. Gut, die Abmachung war ja halt so und so ähnlich. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail eingehen, wie wir das finanziell gelöst haben oder so. Denn über Geld redet man bekanntermaßen nicht, bekannterweise nicht und unter Freunden gerade so einer wie er, der mir die Maschinen dann gegeben hat, ist ein sehr, 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 sehr enger Freund von mir und da muss man nicht über sowas reden. So, die Abmachung war halt so, dass ich die Maschine dann fertig mache und sie dann fahre und hast nicht gesehen, wie oft ich das Wort hast nicht gesehen benutze habe. Schreibt mal jetzt alle rein, wie oft ihr in dem Video hast nicht gesehen schon gehört habt. Hashtag hast nicht gesehen mal so und so viel. Bin mal selber gespannt. Ich bin derbe aufgeregt, Leute. Ey, das ist richtig krass. Endlich wieder auf dem Motorrad unterwegs in Hamburg City, Degger. So ein geiles Gefühl. Ich schweife wieder viel zu sehr vom Thema ab. Ich merke gerade voller Emotionen, Mann. Ich bin so voll geballert mit Gefühlen gerade. Deswegen verliere ich immer wieder den Faden. Genauso wie jetzt. So. Schicke Auto stehen in Hamburg natürlich immer rum. AMG GT oder GTS. Keine Ahnung, ich kenne den Unterschied zwischen GT und GTS. Erinnert ihr noch an die Stelle? Ich habe gerade einen Kritik aus Déjà-vu mit dem weißen GTS und meiner Ducati damals. Das war genau die Strecke, wo wir geballert sind. So, das Video habe ich aber rausgenommen wegen Vorbilden. Hast du nicht gesehen? Schon wieder hast du nicht gesehen. Weil ich war einfach viel zu, äh, bin ich schnell sagen. Sondern, ja, es war einfach nicht angebracht, das Video weiterhin online zu lassen. Wo war ich jetzt stehen geblieben mit der Kawasaki? Hm. Ach ja. Genau. Die Abmachung war, äh, dass ich sie fertig mache und dann halt fahre. Zum Fahren ist es bis heute nicht gekommen. Denn was mit dem Motorrad ist, kann keiner genau definieren. Bevor es nicht in einer fachmännischen Werkstatt war und durchgecheckt wurde. Ich weiß, dass irgendwas mit der Kupplung nicht in Ordnung ist. Durch den Stülzen kann auch sein, dass einige Sachen verzogen sind. Aber das Ganze wird noch in Angriff genommen. Es wird wahrscheinlich ein Winterprojekt jetzt erstmal werden. Aktuell will ich einfach nur fahren. Deswegen will ich da nicht mehr Geld und Zeit in die Kawasaki investieren. Deswegen habe ich mich entschieden, ein neues Motorrad zu kaufen. Beziehungsweise, Freunde, wenn ihr eine Maschine habt, mit der ihr nicht warm werdet, dann habt ihr auch keine Lust, mit der Maschine zu fahren. Und, ja, und so ist es aktuell mit der Kawasaki und mit mir. Dass ich die einfach nicht weiter ausbauen möchte, will. Was geht ab, Jungs? Ja, es steht ein kleines Kendi, für jetzt nicht zu viel Gas geben. So, die L850 darf ich auch hier fahren. Werde ich auch hier fahren. So, deswegen habe ich mich entschieden, wieder ein neues Bike zu kaufen. Eins, was in Ordnung ist. Eins, was tadellos funktioniert. Welches es ist, das werdet ihr, wie gesagt, in den nächsten Videos sehen. Weil Ende des Monats ist es schon wieder so weit. Dann habe ich die neue Maschine wieder bei mir stehen. Und die wird diesmal gefahren und wird nicht einfach im Studio rumstehen. Freunde, verzeiht mir, wenn euch jetzt ein bisschen das Elan in dem Video fehlt. Denn ich bin aufgeregt wie ein kleines Kind. Ich bin derbe aufgeregt. Und auch gerade so nach neun Monaten Motorradentzug ist man auch nicht jetzt so, dass man, wohl doch, ich fühle mich sehr wohl auf dem Motorrad. Ist es mir nicht fremd oder ähnlich. Überhaupt nicht, kein bisschen. Aber man ist ja halt schon so ein bisschen vorsichtiger als sonst. Aber was geil ist, dass die Motorik, sag man nur zur Motorik, dass es einfach wieder drin ist. Dass sie einfach weiß, so zack, klack, zack, boom. Und lass nicht, was gucken. Was kommt nämlich, haben wir nicht hier? Zack, boom, zack, boom, sage. Mir ist nicht falsch, wir stehen. Es geht nicht um euch. Auch wenn das Werder so schön warm ist und die Frauen schön leicht gekleidet sind. Das hier ist für mich wahre Liebe. Freunde, Motorradfahren ist für mich wahre Liebe. Frauen hin oder her, das ist eine andere Sache, so. Aber, weiß ich nicht, das Motorradfahren, ich verstehe nicht, wie man aufhören kann, Motorrad zu fahren. Wisst ihr, wie schwierig es für mich war, neun Monate lang ohne Motorrad zu sein? Und das werde ich euch im nächsten Video erzählen, Freunde. So, wie gesagt, Ende des Monats kommt das neue Motorrad. Ich habe heute noch mit ihm geschrieben, mit dem Verkäufer. Da sind auch sehr viele Teile verbaut, die einfach sau teuer sind und ich die Teile nicht haben möchte. Das auch gerade hier. Eben war da ein Hügel und ich bin sofort so mit dem Tod, mit dem Körper so ein bisschen hochgegangen, damit ich meine Coronas nicht am Tank zerschlage. All sowas zum Beispiel ist immer noch drin, was ich krass und derbe geil finde. Naja. So, wie gesagt, neues Moped bald am Start, Freunde. Ihr könnt euch drauf freuen. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren raten, welches Motorrad es diesmal wird. Ihr wisst, ich liebe Ducati. Ihr wisst, ich liebe italienische Motortechnik, wie die RSV4. Aber ihr wisst auch, dass sie total auf die BMW S1000RR steht. Hm. Eines kann ich euch verraten. Es wird keine KTM. Weder eine RC8 noch eine SMCR oder sonst was. Auf jeden Fall wird es wieder eine Supersportler. Und ja, bevor die Frage kommt, aber Zink, du wolltest doch keine große Maschine fahren. Du wolltest doch einen Gang runterschalten. Ja, wollte ich, Freunde. Aber schlussendlich ist es doch so, dass wir es selber an der rechten Hand haben, wie krass wir Gas geben oder wie wir selber übertreiben. Das passiert alles im Kopf. Und da werde ich einfach einen Gang runterschalten und gut ist. So, weil, naja, nie wieder so eine lange Zeit ohne Motorrad. Warum? Als ich die Ducati hatte, die war ja über das ganze Jahr angemeldet. Mein Vorhaben war es ja auch, über das ganze Jahr zu fahren und nicht nur einfach nur in der Saison. Naja. Dann ist es leider doch so gekommen. So. Jetzt wird das Video hier beendet, aber wenn ihr in drei Tagen wieder einschaltet, dann habt ihr schon das nächste Video, was genau hier weiterlaufen wird. Also haut rein, Freunde. Bleibt auf dem Bike. Bleibt gesund. Zinky Cruise jetzt weiter durch die schöne Stadt der Welt.